Moin Warte Freunde und heute spiel ich mal Skywurst, ähm, ich hab das schon mal gespielt, aber da hat hier noch gar kein YouTube-Kanal, ähm, okay, ja, ich werd hier jetzt gleich runtergelassen, das wird natürlich in einer Minute, cool. Es geht ja auf jeden Fall gleich runter, bei Skywurst geht's glaube ich darum, man ist auf einer Insel, im Himmel oder so, muss ich irgendwie den Weg bauen, das kennt man ja viel aus vielen anderen, ich weiß gar nicht, ist das wie viel das Minecraft oder, ja, es sieht schon so aus, also da sind ja auch Bäume. Soll ich jetzt hier runter oder? Ne, ich bin ja immer noch, hä? Wieso, wieso komm ich? Startviel Glückssteker, ja, aber okay, das ist... Okay, ja, jetzt geht's gleich los, Freunde, oh. Oh, da hab ich übrigens nicht die Frontkamera. Schreibt mir mal in die Kommentare. Ich hätte echt gern mehr Kommentarschreiber, also... Das sehen wir nicht, aber es wär, es wär halt cool. Okay, hier eine... Ich, ich schwimme, das ist... Also wenn ich hier so schwimme, dann ist es halt schwieriger. Okay. Ah, wie komm ich jetzt hier... Oh. Ah, hier haben die noch mehr Küste, das ist ja geil. Könnte ich mir hier auch nochmal ein bisschen... Beine hier, hier. Ja, es ist auf jeden Fall, mein Klapp. Alle ein-Tämms. Was hab ich mir jetzt schon... Okay. Ähm. Ja, ich baue mir hier irgendwie ein Bild mitten ins... Mitten ins... Mitten ins... Irgendwo, also... Jetzt hab ich mir noch... Hier wird auch grüntelig... Ich hab doch gar nicht, das ist noch voll. Okay. Okay. Ich hab ja so. Kann ich jetzt schon mal so drücken. Okay. Was muss ich jetzt hier genau machen? Ich könnte ja echt nicht um Rat fangen. Ich weiß ja selber nicht, wenn man muss. Aber ich bin jetzt hier auf jeden Fall. Das ist ziemlich krass. Übrigens, die Musik, das ist... So, das wird keine Ahnung mit dem Urheberrechtsreform, weil... Naja, das ist ja von den Spielen. Aber... Hä? Gibt es hier nur einen Kreis? Aber ich... Okay, Moment lang geht ab, dann muss ich dann doch nicht weiter. Okay, sowas ist gut. So... So, zack. Hier auch nochmal nachzupolen. Oh, der hat sogar Essen. Ganz gut. Ja, jetzt ist noch nichts wirklich atemberaubend. Ist das jetzt? Oh, oh. War hier nicht? Nee. Nein. Nein! Lass... Mann! Der hat mich... Nächste Runde... Habt ihr gesehen? Es ist geil. Oh, ja. Kann ich auch mal. Morgen, wobei... Es ist ein bisschen... Nächstes Mal war ich vielleicht auch wieder ein Face kümmern. Ach so. Ach so, ja. Stimmt. Oh! Bin ich ganz woanders? Ja. Super. Gemerkt. Ja, komm ich gerade raus. Okay. Ja, okay. Ich will erstmal wieder hier zu den Kisten gehen. Okay. Ist noch sehr viel drin. Das heißt, hier war wohl noch niemand. Wow. Ich... Kann ja super Sachen kombinieren, ne? Ex-sch! Sch! Scheiße! Ich kann jedoch hinmelden. Ehm, okay. Reichen sie sich? Schaut mal in die Kommentare. Ob ihr... Äh... Oh. Verdammt. Jetzt kann ich jetzt hier her liegen. Was ist hier drauf? Super gut. Ich muss mal ganz kurz runter, weil... Wegen Neustart. Ja, jetzt geh noch die ganzen hier runter. Und ja, aber... Ja, diese Musik... Schaut mal besser. Ja. Äh... Aber ich geh nicht auf. Mein Felsken wäre jetzt gut. Aber naja, das sieht man ja. Und warum? Nein, das geht doch auch schon abgeschüttet. Aber gut, diese Runde machen wir, glaube ich, hier noch. Und... 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 Aber erstmal Kisten, ja, weil aus... Man kann ja Blöcke nicht abbauen, sondern... Man muss das... Man muss sich Blöcke aus Kisten holen. Äh... Ja, das ist schon echt knifflig. Also... Ich will nicht angeben und sagen, ja, ich bin der Beste. Ich bin so... Ich... Ich hab hier schon sehr... Ich bin so... Das lässt sich auf dem Block auch schon mal sein, dass es geht. Nee, das reicht nicht. Das reicht einfach nicht. Aber vielleicht sind sie unten ja noch. Sind sie unten noch ein bisschen knacken? Ja, hier sind noch welche. Sehr gut. Hier noch ein bisschen Holz können. So. Aber das ist eine coole Hintergrundmusik. Da muss ich mich dann in der Nachbarerwelt nehmen. Aber ich glaube, für die Macher ist es da, wo es gut ist, in Ordnung. Der sieht aus. Das ist eine coole. Das ist ein bisschen. Das ist ein bisschen. Okay, then I must know that Sam, okay. Fertig! Du läufst im Kreis, das ist süß. Bist du eine Katze oder warum hast du so viel Leben? Ist er tot? Ja! Ich glaube, er ist gut. Oder sie, ja. Guck mal, was die anderen so haben. Bei uns. Und bei mindestens drei Likes. Bei mindestens drei Likes kommt am Freitagnachmittag ein neuer Part. Ein neuer Part. Ich bin sicher. Er hat ein schönes Leben. Okay. Okay, ja. Ja! Ich habe gewonnen. Und das wäre auch ein gutes Ende für dieses Video. Und wie gesagt, bei drei Likes bekommt ihr am Freitagnachmittag, also diesen Freitagnachmittag, eine neue Episode von Sky. Okay, wenn ich nicht gesagt habe, Skywars. Bis dann. Tschüss. Ich habe die Einladungen. Ich habe die Einladungen gehabt.